Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich meine, du bist ja jetzt bei uns. Wie lange? Wir haben jetzt ungefähr ein Jahr zusammengearbeitet. Wenn du mal so diese Perspektive, also Unternehmercoaching versus deine Aufgaben, was hast du denn für dich so für Erkenntnisse daraus gezogen? Aus dem Unternehmercoaching jetzt? Oh, jede Menge. Herzlichen Willkommen zu unserem nächsten Immolution Podcast. Und ich habe heute einen Studiogast mal wieder hier bei mir. Und zwar ist das der liebe Ulrich Scheel. Lieber Ulrich, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja, gerne. Heinz, danke für die Einladung. Mein Name ist Ulrich Scheel, bin 42 Jahre, arbeite bei der LBS Bausparkasse als Gebietsleiter. Betreue dort die Bereiche Bergisch Gladbach und Kummersbach. Und wir betreuen in Summe ca. 15.000 Kunden im Bereich Bausparen, Immobilien und Finanzierung. Okay, da gehen wir jetzt direkt darauf ein, weil wir wollen ja heute über das Thema sprechen. Führung versus Backoffice-Leute versus Vertriebsleute, freie Vertriebsleute. Weil das ist ja in der Struktur jetzt zum Beispiel von der LBS was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel alleiniger freier Makler wäre. Das ist mal ein Thema, was wir heute beleuchten wollen. Und du hast ja auch einen ganz interessanten Werdegang. Du hast ja, ich sag mal, erst mal bei der Bank, glaube ich, gearbeitet. Erzähl doch mal, was hast du da gemacht? Was ist dein Werdegang? Ich selber komme von der Sparkasse, habe klassisch eine Bankausbildung gemacht, habe dann BWL und VWL studiert. Also bin so der ganz klassische Banker eigentlich, habe aber im Laufe der Sparkassenzeit die Chance gehabt, in den Immobilienbereich zu wechseln. Und habe da einige Jahre im Immobilienvertrieb gearbeitet und muss sagen, habe eigentlich mein Herz an das Thema Immobilie verloren. Bin dann über andere Stationen noch einige Jahre in der Bank geblieben und habe dann vor acht Jahren gewechselt zur Bausparkasse, weil sich da für mich letztendlich die Möglichkeiten geboten haben, Immobilien, Finanzierung und Bausparen so zu kombinieren. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß bei der Arbeit macht, Immobilien und Finanzierung. Okay, und inwieweit ist das eine gute Verknüpfung aus deiner Sicht? Oder aus deiner Erfahrung heraus? Jeder, der eine Immobilie braucht, muss sie ja auch finanzieren und jeder, der mal irgendwann eine Immobilie haben möchte, sollte dafür sparen. Von daher ist das eigentlich das magische Dreieck der Immobilien, alles um Immobilien herum. Entweder Vorsparen für die eigene Immobilie oder Sparen für Renovierung, Modernisierung der Immobilie oder eben Kauf der Immobilie und dann Finanzierung. Also die hängen sehr eng beieinander, die drei Themen. Wie ist es denn in der Praxis? Also ist das in der Praxis wirklich ein gutes Cross-Sell? Also heißt wirklich, wenn jetzt jemand, also dass aus den Bausparern heraus Immobilienverkäufer entstehen, dass aus dem Finanzierung Immobilienverkäufer und umgekehrt entstehen? Wie ist das in deiner Praxis? Absolut, da gibt es ganz enge Zusammenhänge. Also Immobilienkäufer entstehen, aus Immobilienkäufern entstehen ja in der Regel Finanzierer. Die Immobilienverkäufer entstehen ja meistens mehr aus den Sparern, dass die älteren Leute nochmal was für die Modernisierung sparen und später irgendwann sagen, ich gehe raus aus der Immobilie, das Haus ist mir zu groß, ich möchte mich verändern, sodass wir da auf der Seite weiterhelfen können. Also können wir schon eigentlich einen Tipp sozusagen herausheben. Also ich sage mal für euch, ich sage mal in der Bank oder beziehungsweise jetzt hier in dem Fall LBS, ist es gängige Tagespraxis, dass die Dinge sich einander die Hand geben, oder? Absolut. Aber für einen freien Immobilienmakler ganz klar, hey, such dir Kooperationspartner, um die Dinge miteinander zu verknüpfen, oder? Genau. Ja, das ist definitiv ein ganz klares Thema. Kannst du mal vielleicht so, wenn jetzt jemand zum Beispiel Immobilienmakler werden will, oder vielleicht, ja, also bleibe ich mal dabei, Immobilienmakler werden will, und dann ist ja auch immer so eine Überlegung, gehe ich in so eine Struktur rein, ja, so jetzt wie zum Beispiel LBS oder Sparkasse, und lerne ich erst mal, oder mache ich meinen freien Laden? Was sind denn so für dich zum Beispiel so typische Vorteile auch in so einer Situation, so was zu machen? Naja, der ganz entscheidende Vorteil, wenn man in eine Struktur geht, ist zum einen das Thema Markenname. Man fängt nicht als irgendwer an, den keiner kennt, sondern man hat gerade jetzt bei der LBS einen großen Namen hinter sich, wo man über 90 Prozent Markenbekanntheit und Vertrauen in die Marke hat. Das ist schon ein großer Unterschied, ob jetzt ein einzelner Unternehmer anruft oder Unternehmer Immobilienfirma anruft, oder ob die Sparkassengruppe anruft. Gerade bei älteren Herrschaften macht das wahnsinnig viel aus. Und man kriegt eben komplett vorgefertigte Konzepte, mit denen man arbeiten kann. Man hat im Prinzip die warme Hülle im Büro, man bekommt einen Schreibtisch zur Verfügung gestellt, kann dort arbeiten und kann direkt loslegen. Also heißt im Prinzip für alle, die noch, ich sag mal, vielleicht ein bisschen unsicher auch sind, also nicht unsicher, dass jetzt du unsicher wärst, aber unsicher heißt, die einfach sagen, oder anders formuliert, falsche Formulierung. Ich möchte lieber so feste Strukturen haben. Also ich möchte lieber so ein, ich nenne es auch mal zu Hause, haben. Dann ist das wahrscheinlich eher eine bessere Aktion, so etwas, in so eine Richtung zu gehen, als sich als einsamer Wolf selber durchzukämpfen. Genau, also ich glaube, das ist Typensache. Die Handelsvertreter, das ist ja so eine Mischform letzten Endes. Das ist kein hundertprozentiger Selbstständiger, der komplett auf dem freien Markt unterwegs ist, ist aber auch kein Angestellter auf der anderen Seite, sondern je nach Ausstattung ist er irgendwo dazwischen. Er hat also eine vernünftige Rechtsabteilung im Hintergrund, vernünftige Strukturen, ein vernünftiges Backoffice, was die ganzen Arbeiten erledigt, ist dafür allerdings auch in dem Konzept unterwegs, dass dort gefordert wird. Also der Freigeist, der lieber alleine arbeiten möchte, ist als Selbstständiger vielleicht besser unterwegs und derjenige, der feste Strukturen haben möchte, der einen klaren Ablauf haben möchte, der einen verlässlichen Partner haben will, ist eben bei uns besser unterwegs. Was hast du denn für einen Eindruck jetzt auch in der Akquise beim Kunden? Wie kommt denn da dein Stempel an? Absolut hervorragend. Also kann man nicht anders sagen. Es ist halt der Markenname Sparkassenfinanzgruppe wirkt bei den Leuten. Es ist sehr attraktiv. Ist das nach wie vor wirklich noch ein Thema da draußen? Absolut. Das kriegen wir auch immer mit, wenn Kollegen vom Wettbewerb zu uns wechseln, die jetzt bei anderen Vertriebsunternehmen waren und dann zu uns kommen, bekommen wir das auch immer wieder mit, dass sie sagen, boah, wenn wir von hier anrufen, das ist schon ein Unterschied, um ins erste Gespräch zu kommen. Und wie ist das, wenn jetzt andere Makler noch im Gespräch sind und du sitzt jetzt am Tisch oder ein Mitarbeiter von dir? Das hängt ja letztendlich davon ab, wie gut der Makler unterwegs ist, was für ein Makler dort sitzt. Wir haben ein gutes Konzept, wir haben eine kluge Struktur, von daher immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch den Auftrag zu bekommen. Aber da macht, glaube ich, der Markenname nachher nicht mehr so viel aus, sondern mehr das Persönliche und das Konzept und die Struktur, die man anbietet, um die Immobilie professionell auch zu vermarkten. Okay, also das ist der Markenname eigentlich so ein bisschen so die Kirsche auf der Torte, wenn überhaupt. Ja, und der Türöffner. Und der Türöffner. Okay, Türöffner auf jeden Fall, definitiv. So, jetzt ist es ja so, jetzt bist du ja nicht alleine, sondern du leitest ja sozusagen hier einen großen Bereich. Wie muss ich mir das vorstellen? Wir sind in Summe 15 Personen im Team, davon sind einige im Bereich Immobilienvertrieb tätig, die anderen im Bereich Finanzierung und Bausparen, was ja unser Kernprodukt als Bausparkasse ist und eben das Backoffice, was alle Bereiche unterstützt. Okay, und jetzt hast du ja einerseits, also sind das alles Festangestellte oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, das Backoffice ist festangestellt. Die Vertriebler sind Handelsvertreter HGB 84, die dann eben als Selbstständige fungieren. Und wie ist der Unterschied? Also was ist jetzt auch, wenn du jetzt als, ich meine, du bist ja ein Unternehmer, du bist ja Unternehmer im Unternehmen, letztendlich. Ob wir das jetzt Gebietsleiter nennen oder Vertriebsleiter oder völlig wurscht, sondern du bist ja letztendlich, bist du Unternehmer. Was ist der Unterschied zwischen der Führung, also jetzt unternehmerisch gesehen, Führung von Vertriebsleuten, die eigentlich Selbstständige sind versus Backoffice, Angestellte? Ja, grundsätzlich ein großer Unterschied. Die selbstständigen Handelsvertreter arbeiten ja letztendlich selbstständig. Da haben wir eine kooperative Zusammenarbeit, das funktioniert auch ganz gut. Die Angestellten sind in einer klassischen Führungsangestelltenrolle. Da kann man Sachen einfacher anweisen, wenn man mag. Das ist bei den Handelsvertretern etwas anders. Da arbeitet man mehr kooperativ zusammen, um gemeinsam zum Ziel zu kommen. Okay. Und was favorisierst du? Was ist für dich leichter, so von der Herausforderung her? Aus der reinen Führungsrolle ist das Angestelltenverhältnis natürlich wesentlich einfacher. Okay, verstehe. Und gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich meine, du bist ja jetzt bei uns. Wie lange? Wir haben jetzt, ich glaube, ein Jahr oder was? Ungefähr ein Jahr. Ungefähr ein Jahr zusammengearbeitet. Wenn du mal so diese Perspektive, also Unternehmercoaching versus deine Aufgaben, was hast du denn für dich so für Erkenntnisse daraus gezogen? Aus dem Unternehmercoaching jetzt? Oh, jede Menge. Kernerkenntnisse, sich immer selbst in Frage stellen und immer an sich selbst arbeiten. Hat mir nochmal neue Perspektiven, neue Blickwinkel gegeben. Auch die Reise nach Mallorca, die wir gemeinsam gemacht haben, war für mich so ein absoluter Gamechanger, wo ich nochmal viel über mich selber kennengelernt habe, viele Blickwinkel nochmal verändert habe. Und da bin ich sehr dankbar für die Zeit, die ich da bisher hatte. Und es hat viele Türen in mir geöffnet. Und zum Thema, vielleicht gibst du nochmal so ein paar Insights weiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie geht konkret, also wie kriege ich so die Produkte jetzt beim Kunden? Also wie läuft so ein Workflow ab in so einer Einheit bei dir? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich gehe mal vom Vertrieb aus. Wenn wir eine Immobilie zum Vertrieb haben und Kunden möchten besichtigen, dann ist für uns ein klarer Prozess, dass wir mit dem Kunden erst einen Finanzierungscheck durchführen. Das hat mehrere Vorteile eigentlich für alle Parteien. Zum einen wissen die Kaufinteressenten, kann ich mir die Immobilie grundsätzlich leisten? Die Verkäufer wissen, es kommen nur geprüfte Interessenten rein. Also wir machen keinen Massentourismus, sondern selektieren schon genau, wer wird zur Besichtigung mitgenommen und wer nicht. Und für uns aus Vertriebssicht natürlich auch hochattraktiv, dass wir mit dem Kunden schon mal gesprochen haben. Und zwar einmal im Immobilienverkauf und auf der anderen Seite auch in der Finanzierungsberatung. Genau, das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Nämlich, warum glaubst du, dass das der richtige Weg ist? Also wirklich einen Finanzierungscheck zu machen? Oder andersrum gesagt, was ist das für ein Vorteil? Naja, der Vorteil ist einfach eine engere Bindung zum Kunden aufzubauen und den Kunden mal zu prüfen, hat der Kunde wirklich Interesse oder ist es nur ein Tourist, der sich gerne mal Immobilien angucken möchte? Das gibt es ja gerade bei hochwertigen Objekten schon, dass mal alle kommen und wollen mal sehen, wie es da aussieht. Und wenn wir eine Hürde einbauen, selektieren wir die Kunden vorher raus, die wirklich interessant sind. Und kann das sich auch wirklich leisten. Ja. Okay, und da sind wir direkt beim nächsten Thema, nämlich aktuelle, weil da steckst du ja ganz tief drin in der aktuellen Situation. Wie stellt sich denn da jetzt konkret die LBS auf und welche Lösung bietet ihr als Bausparkasse? Ihr arbeitet ja auch mit den Sparkassen zusammen, was die Bankseite angeht. Wie stellt ihr euch gerade auf und ist es schwerer? Was kriegt ihr so auf den Tisch? Wie sind die Preise? Auch jetzt wirklich jetzt mal nicht aus der Maklersicht, sondern aus der Bank- oder Bauspar- und Banksicht. Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sag mal ein bisschen was. Ja, also wir merken einerseits, dass die Immobilienpreise schon eine Korrektur nach unten erfahren. In der Vergangenheit war es ja so, der Angebotspreis plus 10, 15 Prozent. Das war ja marktüblich. Momentan ist es eher so, der Angebotspreis minus 15, 15 Prozent. Je nach Objekt merken wir schon eine deutliche Korrektur nach unten. Es gibt noch eine Spanne zwischen Wünschen des Verkäufers und Realität auf dem Markt. Das heißt, häufig ist es so, dass die Verkäufer noch die alten Preise im Kopf haben, die gerne durchsetzen möchten. Spätestens die Bank sagt dann, das können wir nicht finanzieren, weil einfach die Rate zu hoch wird. Wo wir früher 1.500 Euro Rate gebraucht haben für eine Finanzierung, liegen wir jetzt bei knapp 3.000 Euro. Und da trennen sich dann auch schon die Spreu vom Weizen. Kann das ein Kunde noch bezahlen oder möchte er es auch bezahlen? Okay, also das heißt, letztendlich ist das Nadelöhr die Bank. Ja. Ja, oder die Bausparkasse jetzt in dem Fall. Und die Ratenbereitschaft der Kunden. Viele Kunden haben noch den Gedanken, ja, so mit 1.200, 1.300 Euro Rate finanziere ich mein Haus. Das ging vor einem Jahr mit Sicherheit. Das ist heute nicht mehr denkbar. Dann müssen wir schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das wird ein bisschen dauern, bis sich das Bewusstsein bei den Kunden auch ändert. Was ein großes Thema auf Finanzierungsseite ist, ist momentan wieder Bausparen. War ein totgeglaubtes Produkt, was aufgrund des Zinsniveaus nicht so attraktiv erschien auf den ersten Blick. Das hat sich komplett gedreht. Die Medien sprechen auch, Bausparen erlebt eine Renaissance. Es geht wieder in die richtige Richtung. Und das merken wir schon sehr stark, dass wir auch eine große Nachfrage nach diesen Themen haben. Okay, aber beim Bausparen ist es ja so, ich muss es ja erstmal, wenn ich keinen zuteilungsreifen Bausparenvertrag habe, muss ich es ja erstmal zwischenfinanzieren. Genau. So würde ich denn jetzt liegen, wenn ich einen zuteilungsreifen Bausparenvertrag heute abschließe und der ist ja nicht zuteilungsreifer, aber wenn ich ihn heute abschließe, wie lange brauche ich, bis der zuteilungsreif ist? Das hängt ja stark vom Tarif ab, je nachdem zwischen 10 und 15 Jahren. Also in der Vorfinanzierung bindet man es heute mit ein. Man macht die ersten 10, 15 Jahre über eine Bank, eine Sparkasse als Finanzierung und löst dann zinsgesichert über Bausparen ab, wo man aber dann auch einen Zins von unter 2% effektiv hinkriegt. Okay, das ist natürlich auch schon mal eine Nummer. Und was habt ihr denn aktuell für Rezepte, um sozusagen eine gute Finanzierung aufzubauen? Da kann ich nur antworten, das ist hochindividuell. Es gibt nicht die richtige Finanzierung. Jede Form der Finanzierung hat Vor- und Nachteile. Entscheidend ist, dass die richtige Finanzierung auf dich passt. Das hängt vom Kunden ab, wie ist der aufgestellt? Ein Einkommen, zwei Einkommen, sind Kinder da, sind Kinder geplant? Wie ist die Berufssituation? Wie ist die Umfeldsituation? Es gibt so vielschichtige Gründe, warum eine Finanzierung lieber so oder lieber so umgesetzt wird. Aber nehmen wir mal so eine Standard. Da gibt es kein Patentrezept. Verstehe ich. Nehmen wir mal so ein Standard-Ding. Was weiß ich, Haus, weiß ich, 400.000 Euro beispielsweise. Wie viel Eigenkapital komme ich überhaupt heute noch? Das wäre ja vor einem Jahr, zwei Jahren gar kein Thema gewesen. Schön, 100% Finanzierung, kein Eigenkapital und so weiter. Und jetzt nehmen wir mal 100% Finanzierung, ist ja fast undenkbar heute. Ja, das hängt von der Bonität des Käufers ab. Gute Kunden werden auch noch zu 100% finanziert. Darüber hinaus verabschiedet sich der Markt gerade von, also die 110% Finanzierung, die letztes Jahr noch denkbar waren, die werden immer rarer gesät. 100% Finanzierung geht noch, wenn der Kunde bonitätsstark ist, hängt von der Geschichte ab, warum er zu 100% finanzieren muss. Wenn er jetzt die letzten Jahre über die Maße gelebt hat, weil er alles Geld ausgegeben hat, wird das eher kritisch beäugt. Wenn in den letzten Jahren Ausbildung, Familiengründung, sonstige Sachen dort standen und das die Gründe sind, warum nicht das volle Eigenkapital vorhanden ist, dann wird da auch sehr wohlwollend drüber gesehen. Sonst grundsätzliche Aussage, die Nebenkosten sollten mindestens als Nebenkosten da sein, als Eigenkapital da sein. Also wären wir jetzt dann doch bei einer 100% Finanzierung. Sagen wir mal, so Standard, gute Bonität, alles wunderbar. Was ist dann darstellbar auf einer 10-Jahres-Kondition? An Summen oder an Konditionen oder an Raten? Im 10-Jahres-Bereich liegen wir so um 4% gerade, knapp drunter. Genau, und wir sind jetzt gerade beim Stand 2023 Mitte Januar. Das muss man ja mal klar sagen, also knapp unter 4% liegen wir da. Würdest du denn heute tendenziell eher eine längerfristige Finanzierung, also auch 10 Jahre, oder würdest du eher sagen, pass mal auf, nimm lieber erstmal kurzfristigeres Darlehen, vielleicht eher 5 Jahre oder sowas? Nee, also mindestens 10 Jahre, tendenziell eher 15 Jahre. Die Kurzfristfinanzierung kann gut gehen, die kann aber auch schlecht gehen. Das ist natürlich, das ist dann so eine Gratwanderung. Man kann aber auch runterfallen, würde ich auf gar keinen Fall machen, außer es ist eine hohe Liquidität zu erwarten in 5 Jahren. Grundsätzlich sind wir eher auf dem Markt unterwegs, als wir auf 15 Jahre gehen, weil der Unterschied zwischen 10 und 15 Jahren relativ gering von der Kondition aktuell ist. Okay, aber das würde ja voraussetzen, dass ich davon ausgehe, dass die Zinsen steigen, langfristig gesehen. Ja. Oder? Oder ich sichere mich zumindest auf dem Status Quo ab. Wenn der Zinsmarkt in 10 Jahren deutlich geringer sein sollte, ich komme ja nach 10 Jahren aus jedem Kredit wieder raus. Naja, okay. Also dann habe ich die Exit-Möglichkeit, wenn der Markt wirklich dann unten ist, dann kann ich rausgehen, habe aber die Sicherheit, dass ich zumindest einen großen Teil getilgt habe. Möglicherweise habe ich ja auch im Laufe der nächsten 15 Jahre eine Gehaltssteigerung aufgrund von Tarifrunden oder aufgrund von Beförderungen neuem Job und habe dann Möglichkeit, noch etwas Geld nebenbei anzusparen oder in die Sondertilgung einzubringen. Also mal als letzte Frage, wie schätzt du denn ein, jetzt kurzfristige Natur, auch der Immobilienmarkt, weil es ist ja immer noch der Fall, dass die Objekte nach wie vor noch zu hoch bepreist sind. Wie siehst du denn da die nächsten Monate in dem Markt? Also auch was die Angebotsseite angeht, ne? Ja, also einige harren jetzt ja und warten ab, dass der Markt sich wieder beruhigt. Ich glaube nicht, dass das aus Verkäufer-Sicht erstmal passieren wird. Der Preis muss nach unten gehen und in den nächsten Monaten werden auch die Verkäufer feststellen, dass sie eine Preiskorrektur machen müssen. Es macht überhaupt keinen Sinn, nach meiner Einschätzung, jetzt mit einem zu hohen Preis oder einem falschen Preis an den Markt zu gehen, damit sich das Objekt dann eben kaputt makelt. Die Leute, die was suchen, haben einen genauen Blick auf den Markt, die wissen genau, was los ist, die haben Suchagenten bei ImmoScout und ImmoWelt und kriegen jede Veränderung mit. Und wenn dann ein Objekt in der jetzigen Marktphase ein halbes Jahr lang dasteht, leer steht und nicht veräußert wird, dann ist das nicht gut für den Endpreis. Lieber mit einem realistischen Preis rangehen und einen vernünftigen Käufer finden, der auch einen guten Preis bezahlt, als noch abzuwarten, bis der Markt noch weiter nach unten geht und dann einen noch schlechteren Preis zu bekommen. Also eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um Hauser zu verkaufen, wenn ich mit dem Gedanken spiele. Ja, definitiv. Also in diesem Sinne, vielen Dank, lieber Uli. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, gerne auch Kommentare an all die, die Immobilienmakler werden wollen. Würdest du lieber eben in so einer festen Struktur arbeiten oder dich eben selbstständig machen als Makler, also ein eigenes Unternehmen zu gründen? Dann gerne schreibt in die Kommentare, bitte nicht vergessen, diesen Kanal hier zu abonnieren und folgt uns auf den sozialen Medien, TikTok, Facebook, Instagram und wo auch immer. Dir nochmal herzlichen Dank und wenn ihr Hilfe braucht, dann natürlich gerne auch hier in der Infobox einfach auf unsere Webseite gehen, kostenfreies Erstgespräch buchen. Wir telefonieren, wir helfen euch, ob das eine oder das andere für euch beim Start der richtige Weg ist. In diesem Sinne, bis dahin. In diesem Sinne, bis dahin.